Wir haben uns demonstriert, man braucht einen Platz auf der Straße, einen Platz, 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 einen Platz und einen Platz zu machen. Wie geht es Ihnen? Wir erfahren, dass in Lieden zwei Jahre lang drei Meter entfernt werden, 14 Meter, die Baugrunde lernen sollen, Schule nicht beschreiben sollen, Natur nicht machen sollen. Da geht es Ihnen nicht gut und Sie haben, dass man mit Ihnen redet. Das ist nicht geschehen. Niemand hat mit der Schulgemeinschaft nicht vorhanden.